Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo Liebes, wenn du das siehst, werde ich sicher tot sein. Ich habe ein Grab gefunden, man nennt es die Mutter des Todes. Wenn Trinity Erfolg hat, ist unsere Welt in Gefahr. Versprich mir, sie aufzuhalten. Ich verspreche es. Ich glaube, ich weiß, wo mein Vater war. Das ist mitten im Teufelsmeer. Es wird ein Abenteuer. Der Tod ist kein Abenteuer. Du hättest nicht herkommen sollen. Aber ich freue mich darüber. Was wissen Sie über meinen Vater? Jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Kampfgeist. Verschließe das Grab für immer. Das Schicksal der Menschheit liegt nun in deinen Händen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Welt ist verrückt geworden. Ich nehme zwei. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.